ulsichtquartner iiiiiiihihihihihihihihihihi undherrlich das ist ne Frechheit Tamam made Wir spielen heute blind malen. Uns werden Motive vorgegeben, die wir dann mit verbundenen Augen gleichzeitig zeichnen müssen. Dafür haben wir 30 Sekunden Zeit. Danach entscheiden wir selbst, wer von beiden besser gemalt hat und wer den Punkt bekommt. Bei Uneinigkeit entscheiden die Schiedsrichter. Danni! Oh Gott! Okay, let's go! Ich bin fertig. Ich bin zufrieden. Oh, das sind die Haare. Ganz ehrlich. Ich finde das einfach besser. Was? Das ist eine Frechheit. Und wie so einen unglücklichen Bernie gesehen. Du hast bestimmt gesehen, du kannst es nicht so gut machen ohne... Das ist super. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich schwöre, das sind die Haare. Ja, okay. Du hast gewonnen. Aber deine auch. Oh! Oh! Äh, äh... Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Oh, mein Gott. Oh! Oh, mein Gott. Das weiß ich nicht. Scheiße, das weiß ich nicht. Bleib so schlecht. Bleib so schlecht. Das ist das Ungeat. Würde ich sagen. Oh! Was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Stopp. 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 Okay, I think we have a better one. Okay, I agree. Stopp. 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 Stopp.